Ich lerne Deutsch. Flauschig Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Wort Flauschig beschreibt eine Eigenschaft von Objekten oder Materialien, die weich, plüschig und angenehm anzufassen sind. Der neue Teppich ist so flauschig, dass man am liebsten barfuß darauf laufen möchte. Der neue Teppich ist so flauschig, dass man am liebsten barfuß darauf laufen möchte. Der Teppich hat eine weiche, plüschige Textur, die sich angenehm an den Füßen anfühlt. Der Pullover aus Angorawolle ist besonders flauschig und hält im Winter schön warm. Der Pullover aus Angorawolle ist besonders flauschig und hält im Winter schön warm. Der Pullover besteht aus einem weichen, leichten Material, das sich angenehm auf der Haut anfühlt und isolierend wirkt. Die flauschige Decke auf der Couch lädt zum Kuscheln ein. Die flauschige Decke auf der Couch lädt zum Kuscheln ein. Die flauschige Decke auf der Couch lädt zum Kuscheln ein. Die Decke hat eine weiche und warme Textur, die ideal zum Einkuscheln ist. Die flauschigen Hausschuhe sind perfekt für kalte Tage. Die Hausschuhe sind aus weichem Material gefertigt, das den Füßen Komfort und Wärme bietet. Das Kissen ist so flauschig, dass man sofort darauf einschlafen möchte. Das Kissen hat eine weiche und federnde Füllung, die den Kopf und Nacken gut stützt und Komfort bietet. Das flauschige Handtuch trocknet nicht nur gut ab, sondern fühlt sich auch angenehm auf der Haut an. Das Handtuch ist aus weichem, plüschigem Material, das sanft zur Haut ist. Der Teddybär ist so flauschig, dass er das perfekte Kuscheltier ist. Der Teddybär ist so flauschig, dass er das perfekte Kuscheltier ist. Der Teddybär hat eine weiche, pelzige Textur, die sich angenehm zum Umarmen und Kuscheln anfühlt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das Kuscheltier ist so flauschig, das ist so flauschig. Das Kuscheltier ist so flauschig. Vielen Dank.